Wohlstand für alle. Über Geld sprechen. Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Der Handelskrieg zwischen den USA und China wird inzwischen auch in der EU ausgetragen. Schon vor Monaten hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen angekündigt, dass man prüfen werde, ob China im Bereich E-Mobilität gegen Wettbewerbsbedingungen verstoße. Der Vorwurf lautet, der chinesische Staat subventioniere die E-Autos so sehr, dass die chinesischen Autofirmen mit ihren Produkten den europäischen Markt überfluten. Nun steht die Einführung europäischer Schutzzölle in Höhe von sogar 38 Prozent im Raum. Wir wollen heute jedoch nicht nur schauen, inwiefern an den Vorwürfen etwas dran ist. Wir möchten auch ein größeres Bild zeichnen. Jeder weiß, dass viele deutsche Unternehmen, nicht zuletzt Autokonzerne, in China einen wichtigen Absatzmarkt haben. Und wenn man nun auf Protektionismus setzt, dann gefährdet man eigentlich auch das eigene Wohlstandsmodell hier in Deutschland. Übersehen das viele Politiker einfach? Möglicherweise nein, denn sie folgen einem alten Prinzip, das da lautet, Becker thy neighbor. Mach deinen Nachbarn zum Bettler. Was damit gemeint ist, wollen wir heute erklären. Zunächst aber möchten wir uns bei allen bedanken, die bereits unsere Zusatzinhalte bei Patreon oder Steady abonniert haben. Und wir freuen uns natürlich über alle, die das noch vorhaben zu tun. Jeden Monat gibt es dort eine neue Folge von Wohlstand für alle Literatur. Darin sprechen wir über literarische Werke und ihren ökonomischen Gehalt. Diesen Monat wird es um ein wenig Leben von Hanya Yanagihara gehen. Und in der ebenfalls monatlich erscheinenden SpeakEasy-Bar diskutieren wir ausführlich Publikumsfragen. Ab 3 Euro Monat können die Zusatzinhalte gebucht werden und selbstverständlich kann man dann auch auf alle alten Zusatzfolgen zugreifen. Das Abo lässt sich entweder über Steady oder Patreon abschließen. Es ist alles recht selbsterklärend und einfach. Und der Link zu Steady und Patreon steht in der Beschreibung. 2023 hat Deutschland erneut einen Rekord-Exportüberschuss in der Handelsbilanz erzielt. Er lag bei 210 Milliarden Euro. Das heißt, es wurden mehr Waren exportiert als importiert. Obwohl Deutschland als rohstoffarme Nation und wegen der großen Deindustrialisierung, die in den 70ern begann, viel importieren muss, überwiegen immer noch die Exporte deutlich. Es ist Deutschlands Erfolgsmodell, über das wir schon häufiger hier im Podcast geredet haben. Das heißt, Deutschland produziert nicht nur für den heimischen Markt, sondern sehr stark für das europäische Ausland, für die USA, für China, auch für andere Länder. Besonders wichtig ist die deutsche Autoindustrie, die nicht nur in Deutschland produziert und exportiert, sondern auch Werke im Ausland hat. 2019 wurden 30 Prozent aller deutschen Autos in China verkauft. Man könnte jetzt fast sagen, die Deutschen überfluten den chinesischen Markt und produzieren ständig Überkapazitäten. Derzeit hört man eher das Gegenteil. Man hört überall China überflute den europäischen und den US-amerikanischen Markt mit E-Autos zu Dumpingpreisen. Deshalb müssen wir dringend mit Zöllen dagegen vorgehen. Über die US-Zölle haben wir schon gesprochen. Und jetzt ist es gut möglich, dass die EU nachzieht. Und da Ursula von der Leyen im Dreiklang mit Macron und Biden agiert, während Wirtschaftsminister Habeck, der zähneknirschen, neben den transatlantischen, auch deutsche Interessen vertreten muss, Strafzölle auf chinesische E-Autos verhindern will, um Vergeltungszölle zu vermeiden, unter denen ja auch nicht zuletzt die deutsche Autoindustrie leiden müsste. Zudem würden E-Autos von deutschen Herstellern, die in China fertigen, davon betroffen sein, deutsche Unternehmen würden so von der EU bestraft werden. Das ist aber durchaus im Interesse jener Politiker, die eine neue Blockbildung anstreben und am liebsten die deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen gleich begraben würden. Die angestrebten Zölle sollen zwischen 17 und 38 Prozent liegen, während in den USA 100 Prozent fällig werden. Die EU will so wettbewerbsverzerrende Staatshilfen ausgleichen, denn die Begründung lautet, der chinesische Staat sorge mit Subventionen dafür, dass E-Autos unter dem üblichen Marktpreis angeboten werden können. Damit hätten die Wettbewerber aus anderen Ländern keine faire Chance. Sicherlich betreibt China massive Industriepolitik. Aber der Vorwurf, China drücke die Preise, um den amerikanischen Markt zu erobern, ist doch recht unsinnig. Business Insider berichtet darüber, dass die chinesischen E-Autos in China wesentlich billiger sind. Dort heißt es, tatsächlich bieten chinesische Autohersteller ihre Elektromodelle in China selbst für die Hälfte oder sogar ein Drittel des Preises an. Nehmen wir zum Beispiel den BYD Atto 3. In China kostet er etwas mehr als 14.000 Euro. In Deutschland ist der ganze 37.990 Euro teuer. Ein Unterschied von knapp 24.000 Euro, der schwer zu erklären ist. Ein signifikanter Unterschied ist auch beim Hersteller NIO festzustellen. Der EL6 kostet hier zum Beispiel 65.500 Euro. In China umgerechnet aber nur 43.500 Euro. Ein Unterschied von 22.000 Euro. Und da könnten wir noch viele weitere Beispiele aufführen. Reuters hat tatsächlich eine Studie in Auftrag gegeben, um herauszufinden, wie dieser Preisunterschied zu erklären ist. Und selbst wenn man Transportkosten, Anpassungen an europäische Infrastruktur und Datenschutzverordnungen dazu rechnet, dürfte der Preis höchstens 7.000 Euro höher sein. Mit anderen Worten, chinesische Autokonzerne fahren einen hohen Extraprofit ein. Von Preisdumping kann keine Rede sein. Vielleicht ist das Problem eher, dass westliche Autos zu teuer sind. Hinzu kommt, dass China sehr früh verstanden hat, dass man der aufsteigenden Mittelschicht Individualmobilität ermöglichen muss, und zwar elektronisch. Die deutsche Autoindustrie, aber auch Tesla oder auch die Volvo Group machen ihr großes Geschäft mit Oberklasseautos. E-Autos mit hoher Reichweite sind unter 50.000 Euro oftmals schwer zu finden. Und China hingegen bietet Modelle für unter 20.000 Euro an. Dieses Segment steckt in der westlichen E-Auto-Produktion noch in den Kinderschuhen. Aber es gibt gute Nachrichten. Mercedes bietet jetzt den Maybach SUV auch als Kombimotor aus Verbrenner- und Batteriebetriebe an. So kann man auch ein paar Kilometer dann richtig umweltfreundlich fahren. Wer also ca. 200.000 Euro übrig hat, kann die Umwelt schonen und zugleich Massagesitze genießen. Man kann eigentlich heilfroh sein, dass China diese heile Autowelt disruptiert. Allerdings ist damit schon zu viel gesagt. Denn der Anteil chinesischer E-Autos an allen Neuzulassungen in Deutschland liegt bei jährlich 5 Prozent. Das könnte sich aber ändern. Viele Bürger haben keine Ressentiments gegen chinesische Modelle. Und dass BYD einer der Hauptwerbepartner bei der aktuellen EM ist, dürfte das Ansehen weiter verbessern. Blicken wir nach Amerika. Amerika 2023 exportierte China E-Autos im Wert von nicht einmal 400 Millionen Dollar in die USA. Und das ist nun wirklich kaum der Rede wert. Aus der EU importierte Amerika hingegen E-Autos im Wert von 7,4 Milliarden Dollar. Es kann sich also nur um Präventivmaßnahmen handeln. Denn noch sind chinesische Autos weder in Amerika noch in Europa besonders verbreitet. Fest steht aber, dass Strafzölle zu Vergeltungsaktionen führen. Und damit schadet man neben der deutschen Autoindustrie zum Beispiel auch dem Apple-Konzern. Für den China der wichtigste Produktionsstandort und natürlich auch ein großer Absatzmarkt ist. Apple gehört mit Blick auf die Marktkapitalisierung zum drittstärksten Unternehmen der Welt. Und eigentlich müsste es doch im Interesse der Amerikaner sein, Apples Geschäftsmodell keinen Schaden zuzufügen. Da fragt man sich natürlich ganz simpel, was ist da los? Ja, man macht den Nachbarn zum Bettler, aber sich macht man auch etwas zum Bettler? Oder wie ist das zu verstehen? Wir sollten das ein bisschen größer einordnen, ganz grundsätzlich herangehen. Erzielt ein Land eine positive Handelsbilanz, geht damit oftmals mehr Geld an die heimischen Arbeiter, der Wohlstand wächst und mehr Jobs entstehen. Das gilt aber nur für das Inland. Blickt man auf die Welt, können mehr Jobs für das eine Land weniger Jobs in einem anderen Land bedeuten. Und dieses andere Land muss ja dann die Waren importieren. Oder generell für andere Länder kann es dann einen Jobverlust bedeuten. Die von Marx und Keynes geprägte Ökonomin Joan Robinson hat bereits 1937 einen bis heute einflussreichen Artikel zu dem Prinzip verfasst, dass Handelspartner geschwächt werden. Sie schreibt, eine auf diese Weise bewirkte Beschäftigungszunahme ist jedoch von völlig anderer Art als eine Zunahme aufgrund von Inlandsinvestitionen. Denn ein Anstieg der Inlandsinvestitionen bewirkt einen Nettoanstieg der Beschäftigung in der Welt insgesamt, während ein Anstieg der Handelsbilanz eines Landes das Beschäftigungsniveau in der Welt insgesamt bestenfalls unberührt lässt. Das bedeutet also, die Weltwirtschaft und die Zahl der Arbeitsplätze können wachsen, wenn ein Land Inlandsinvestitionen tätigt. Und das muss nicht unbedingt dazu führen, dass woanders Menschen arbeitslos werden. China ist dafür ein gutes Beispiel. China hat nicht nur in den vergangenen 30 Jahren sich dem Kapitalismus geöffnet, sondern auch stark investiert. Und damit sind mehrere hundert Millionen Menschen aus der Armut gehoben worden und einige westliche Industrieländer verdanken ihren Erfolg dem chinesischen Aufstieg. So ja auch Deutschland, also die chinesische Nachfrage war extrem wichtig in den vergangenen Jahrzehnten für das deutsche Exportwunder. Robinson führt nun weiter aus, dass in Krisenzeiten etwas anderes gespielt wird. Zitat In Zeiten allgemeiner Arbeitslosigkeit findet zwischen den Nationen ein Mach-meinen-Nachbarn-zum-Bettlerspiel statt, bei dem jeder versucht, den anderen einen größeren Teil der Last aufzubürden. Sobald es einer Nation gelingt, ihre Handelsbilanz auf Kosten der anderen zu erhöhen, schlagen die anderen zurück. Und das Gesamtvolumen des internationalen Handels sinkt im Verhältnis zum Gesamtvolumen der Weltwirtschaft kontinuierlich. Politische, strategische und sentimentale Erwägungen sorgen für Zündstoff und die Flammen des wirtschaftlichen Nationalismus lodern immer höher und höher. Die Effizienz der Weltproduktion lässt nach, ebenso wie die globale Wirtschaftsleistung. In der Regel steigen weltweit die Zinsen, was wiederum die Investitionen hemmt. Nun gibt es zwar rezessive Tendenzen, aber große Volkswirtschaften wie die amerikanische, chinesische oder indische wachsen derzeit. Dennoch antizipiert die US-Regierung, dass China schon bald wirtschaftlich stärker sein könnte als Amerika. Robinson erklärt, dass in einem solchen Handelskonflikt vier verschiedene Waffen gezückt werden können. Erstens kann ein Land eine Wechselkursabwertung vornehmen, was aber im heutigen Währungssystem nicht so einfach zu machen ist. Wenn gleich Trump, als er Präsident war, mit dem Gedanken spielte und auch die Demokratin Elizabeth Brown zog dies in Erwägung, um die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Aber so eine Währungsabwertung würde natürlich auch nicht so leicht funktional auszuführen sein. Also man müsste dann sehr stark die FED politisieren, müsste also ganz klar anweisen. Und was sicherlich auch ein Problem ist, ist, dass damit die Leitwährung Dollar doch einige dicke Kratzer bekommen würde. Und das ist jetzt die erste Waffe. Also wenn man quasi, nochmal um das Kratzen, es gibt diese zwei Wege. Also auf der einen Seite ist das, was natürlich eine Joan Robinson bevorzugt. Wenn innerhalb eines Landes Investitionen getätigt werden, dann entstehen neue Arbeitsplätze, es werden neue Waren geschaffen, die international gehandelt werden können. Und dann wird das gesamte Handelsvolumen weltweit sogar erhöht und der globale Wohlstand wird erhöht. Wenn man aber nicht diesen Weg geht, diesen sehr zivilen Weg, sondern quasi den konfrontativen Weg einschlägt, dass man also sagt, man versucht sich einen Vorteil gegenüber dem Rest der Welt zu erlangen, indem man diesen Rest der Welt regelrecht zum Bettler macht. Beispielsweise indem man sich im Außenhandel versucht, Vorteile zu verschaffen. Dann gibt es da andere Wege, das ist zum Beispiel die Wechselkursabwertung oder Lohnkürzungen. Damit möchte man wettbewerbsfähig werden. Und aus diesem Grund wird in Deutschland nach wie vor der Niedriglohnsektor groß gehalten und durch Bürgergeld und andere staatliche Leistungen subventioniert. Auch das sicherlich ein wichtiger Faktor, wenn wir darüber sprechen, warum Deutsche Waren so wettbewerbsfähig waren in den vergangenen Jahrzehnten. Drittens sind Exportsubventionen ein probates Mittel, sowohl die deutsche Abwrackprämie als auch die chinesischen E-Autosubventionen und auch die amerikanischen E-Autosubventionen, die in China oder in anderen rivalisierenden Ländern produzierte Autos und Batterien ausschließen sollen, wären da zu nennen. Und viertens nennt Robinson Einfuhrbeschränkungen bzw. Zölle. Dazu schreibt Robinson, von einem nicht nationalistischen Standpunkt aus gesehen, sind alle gleichermaßen verwerflich, da jeder darauf abzielt, eine Nation auf Kosten der anderen zu begünstigen. Das ist einleuchtend. Eine Schwächung der globalen Wirtschaftsleistung ist schädlich und auch viele, die Growth-Anhänger erkennen, dass E-Mobilität und Photovoltaikanlagen wahre Game-Changer sind und dass das Wirtschaftssegmente sind, die nicht gedrosselt werden sollten. Interessanterweise haben linksliberale Politiker ja jahrelang betont, dass der Kampf gegen den Klimawandel an erster Stelle stehen müssen. Jetzt aber, wo es um nationale Interessen geht, um Geopolitik, darum die Hegemonie zu bewahren, ist der Klimawandel plötzlich zweitrangig. Gewiss muss der freie Handel fairer gestaltet werden und es ist sicherlich so, dass China die neu gewonnene Macht zu Ungunsten der anderen versucht zu nutzen, wie das im großen Spiel so immer ist. Doch eine handelspolitische Eskalation wird den ökologischen Fortschritt dramatisch ausbremsen. Adam Smith, ein Verfechter des Freihandels, beklagte schon im Wohlstand der Nationen, dass Nationen dem Glauben anheimgefallen sind, dass es in ihrem Interesse sei, alle ihre Nachbarn bettelarm zu machen. Smith schreibt, jeder Nation wurde dazu gebracht, den Wohlstand aller Nationen, mit denen sie Handel treibt, mit einem bösen Blick zu betrachten und deren Gewinn als ihren eigenen Verlust zu betrachten. Der Handel, der von Natur aus unter den Nationen wie unter den Menschen ein Band der Einheit und Freundschaft sein sollte, ist zur fruchtbarsten Quelle von Zwietracht und Feindseligkeit geworden. Der kapriziöse Ehrgeiz von Königen und Ministern hat in diesem und im vorigen Jahrhundert der Ruhe Europas nicht mehr geschadet als die unverschämte Eifersucht von Kaufleuten und Fabrikanten. So, das ist ein interessantes Zitat, einerseits sicherlich, weil da auch eine gewisse Naivität mitschwingt. Also wenn hier zum Beispiel vom Band der Einheit und Freundschaft gesprochen wird, das durch den Handel geknüpft werden soll, können wir ja festhalten, nun ja, dieses Band der Einheit und Freundschaft besteht international ganz sicherlich nicht, denn Smith hat völlig recht, es gibt diese nationalistische Perspektive, dass man sagt, man blickt auf das Ausland und jeder Erfolg, der dort zu verzeichnen ist, das nimmt man gleich als eigenen Misserfolg, das ist sicherlich richtig beschrieben. Gleichwohl ist es ja aber auch, selbst wenn man sich eine komplett geschlossene Volkswirtschaft ohne Außenhandel vorstellt, nicht so, dass man es wirklich damit zu tun hat, dass der Markt ein Ort der Einheit und Freundschaft sei oder dass quasi der Handel ein Band der Einheit und Freundschaft stiften würde. Nein, denn die freien Marktsubjekte, die da aufeinandertreffen, die versuchen ja schon immer, sich gegenseitig zu übervorteilen, beispielsweise möglichst wenig Lohn zahlen zu müssen, jetzt von Seiten der Kapitalisten für möglichst viel Arbeit oder auch umgekehrt, wollen natürlich die Arbeiter das gerne umgekehrt sehen. Und dass da so ein Band der Einheit und Freundschaft ist, ist natürlich eine sehr romantisierende Vorstellung von Marktwirtschaft. Na ja, auch von Konsumentenperspektive ist ja festzuhalten, dass man nicht ins Geschäft geht und einfach sagt, wie toll, ich mache jetzt den, der mir die Waren verkauft, reich, sondern man versucht ja auch, das Günstigste für sich rauszunehmen. Also wenn es nebenan günstiger angeboten wird, dann werden die wenigsten Leute sagen, ach, ich finde das aber hier so schön bei Ihnen im Kaufhaus, ich gehe nicht nebenan in das Kaufhaus, ich zahle lieber 20 Prozent mehr, weil das ja alles so freundschaftlich ist. Genau. Und da gilt natürlich für alle Wirtschaftssubjekte das Prinzip, günstig kaufen, teuer verkaufen, was bestimmte Probleme mit sich bringt. Und jetzt hier, gerade wenn wir den aktuellen Konflikt uns ansehen, stellt sich ja ohnehin die Frage, sind das eigentlich westliche Konzerne gegen chinesische? Oder haben wir es nicht vielmehr mit einem politischen oder ideologischen Konflikt auch zu tun zwischen den Nationen oder vielleicht auch mit einer Mischung aus beidem? Allgemein kann man übrigens festhalten, und das ist sicherlich eine Schwierigkeit dieser internationalen politischen Ökonomie, man tendiert immer sehr dazu, Volkswirtschaften in den Blick zu nehmen. Also auch hier bei Smith wird das ja so dargestellt, wir haben hier die eine Volkswirtschaft, die handelt mit der anderen, als wären das so zwei kollektive Subjekte de Faktor sind, dass ja natürlich unendlich viele Unternehmen, die unter ihrer jeweiligen politischen Herrschaft versuchen, für sich das Bestmögliche rauszuholen und wo dann oftmals auch die, sag ich mal, ökonomischen Interessen der einzelnen Akteure und der Politik sehr stark auseinander gehen. Ja, das ist ja dann noch höchst widersprüchlich, das kann man ganz gut dann mitbekommen, wenn man im Handelsblatt so die Interviews der Industriellen liest, da sind dann manche, die auch sehr gegen China sich da äußern, andere wiederum haben andere Interessen und sind für eine sehr China-freundliche Politik, also auch da gibt es ja nicht nur Eintracht. Was Europa anbelangt, kann man sicherlich aber von einem politisch-ideologischen Konflikt reden, der Europas Industrie und dem klimapolitischen Fortkommen erheblich schaden wird. Also dafür ist China einfach ein zu wichtiger Absatzmarkt in den US und auch ein zu wichtiger Ort, wo die wirklichen Zukunftstechnologien entwickelt sind. Also das ist ja völlig unsinnig zu sagen, ja wir importieren das nicht, wir müssen das jetzt mal selbst aufbauen und das dauert halt jetzt mal noch zehn Jahre in den USA. Eigentlich, wenn ich da noch kurz intervenieren darf, eigentlich, also wenn man diese Strategie wählen würde, dann hätte man ja interessanterweise wirklich die komplette historische Umkehr. Früher hat man immer gesagt, im Westen ist man den östlichen und realsozialistischen Ländern so weit voraus und dann hätte man jetzt ja eigentlich die komplett umgekehrte Situation. Auch sonst darüber hinaus erleben wir eine starke Umkehrung. Du hattest mir neulich einen sehr amüsanten Artikel aus der Süddeutschen Zeitung geschickt, Wolfgang, wo sich der Kommentator beschwerte über die chinesische Politik und hat dann gesagt, es ist richtig, dass Europa und die USA da Zöller erheben, denn man habe es hier nicht mit einem fairen Marktplayer zu tun, sondern mit einer Planwirtschaft. Und man sitzt vor diesem Artikel und denkt sich, ja aber ihr habt uns doch jahrzehntelang, also abgesehen davon, dass es so einfach auch nicht stimmt, dass man das jetzt eine Planwirtschaft nennt. Aber ihr habt uns jahrzehntelang erzählt, ihr Apologeten der Marktwirtschaft, dass Planwirtschaft eh nicht funktioniert und dass man da gar keine Angst vor haben muss, wenn Staaten sowas machen und auf einmal sagt ihr, nee man muss sich jetzt gegen die Planwirtschaft mit Zöllen schützen, weil die so weit fortgeschritten ist gegenüber der freien Marktwirtschaft. Ist ja auch schon lustig, was wir gerade so alles für historische Umkehrungen erleben und wo so gewisse Gewissheiten einfach mal über Bord geworfen werden. Ja, und was jetzt Photovoltaik und sowas angeht, war ja Deutschland sehr weit vorn und hat das dann aus verschiedenen Gründen und Dummheiten heraus aufgegeben. Da hat ja auch, da könnte man Sigmar Gabriel bestimmt auch nochmal zu befragen. Jedenfalls ist das so, dass da China uns überholt hat. Das ist definitiv so. Da braucht man gar nicht drum herum reden. Und bei den Autos, naja, kommt halt drauf an. Also wahrscheinlich, wenn man jetzt nicht nur in Maybach-Modellen denkt, dann verschiebt sich da auch einiges im Kopf gerade. In den USA ist ja zu konstatieren, dass man es da auch mit einem politisch-ideologischen Konflikt zu tun hat. Der Ökonom Pranko Milanovic sagte jetzt kürzlich im jungen Naiv-Interview, dass die langfristige Begadei-Neighbor-Strategie der USA so aussehe, dass man sich selbst zwar auch schade und die eigene Wirtschaftsleistung durch Zölle und andere Beschränkungen schwäche, man aber in Washington davon ausgehe, dass man China wesentlich mehr schadet. So werden zwar beide ärmer, aber China überproportional mehr. So hoffen die Amerikaner, dass der Aufstieg Chinas verhindert wird und die USA weiterhin die stärkste Weltmacht bleiben können. Und wenn das gelingt, also wenn man diesen Aufstieg Chinas verhindern kann, dann kann man ja irgendwann wieder so eine unipolare Weltordnung aufbauen und wirtschaftliche Vorteile daraus ziehen. Das ist also eine sehr besondere Begadei-Neighbor-Strategie, die auf einen sehr langen Atem setzt und es ist völlig unklar, ob das funktioniert. Fürs Klima ist es jedenfalls sehr schädlich. Zudem kann aus einem Handelskrieg schnell ein militärischer Krieg werden. Der Freihandel hat auch eine pazifizierende Wirkung. Smith bringt noch ein gutes Argument gegen das Begadei-Neighbor-Prinzip. In jedem Lande ist es immer das Interesse der großen Masse des Volkes, das, was sie will, von demjenigen zu kaufen, der es am billigsten verkauft. Und muss es auch sein. Ja, Einfuhrzölle stärken die eigene Industrie, weil diese wieder konkurrenzfähig wird. Waren aus dem Ausland sind durch die Zölle teurer, wodurch die Waren der inländischen Produktion nicht kostengünstiger werden müssen. Und daraus folgt dann für den Konsumenten, dass er keinen Zugang zu billigeren Produkten erhält. Einfuhrzölle auf günstige E-Autos aus China bedeuten, dass die Bürger tiefer in die Tasche greifen müssen. Und hinzu kommt ja auch, dass Zölle mit Zöllen vergolten werden. China droht beispielsweise das aus der EU importierte Schweinefleisch mit einem Zoll zu belegen. Ist ja eigentlich auch schon verrückt genug, dass die EU Schweinefleisch nach China exportiert. Aber gut. Wunder der Weltwirtschaft. Die Konsumenten werden ärmer und die Wirtschaftsleistung global wird geschwächt. Smith erklärt zu Recht, so wie ein reicher Mann für die fleißigen Menschen in seiner Umgebung ein besserer Kunde ist als ein armer, so ist es auch ein reiches Volk. Ein reicher Mann, der selbst ein Fabrikant ist, ist in der Tat ein sehr gefährlicher Nachbar für alle, die auf dieselbe Weise handeln. Das heißt, für die Konsumenten ist es gut, da der Wettbewerb fallende Preise verursacht. Wenn jedoch schränkt Smith ein, ein Krieg droht, dann ist natürlich ein reicher Staat als Nachbar gefährlicher als ein armer Staat. Und genau darum geht es ja im aktuellen Streit um Überkapazitäten und Wettbewerbsverzerrung. Naja, die militärische Stärke fußt auf der wirtschaftlichen, verliert der Westen. Letztere wird auch seine militärische Stärke eingebüßen. Wir befinden uns inmitten einer dramatischen Eskalationsspirale eigentlich. Wir müssten eine Bestrebung haben, dass man so einen gemeinsamen transnationalen Kampf hat gegen Klimawandel, um diese Spirale zu durchbrechen. Also man hätte ja da tatsächlich so ein Menschheitsanliegen. Aber wir sehen ja gerade, dass dies zwar so ein wichtiges Thema ist, aber das für die Grünen nicht ist etwas, wo sie sich für Klimawandel entsprechend positionieren. Und die Klimaaktivisten greifen das ja auch überhaupt nicht auf. Ja, die müssten vielleicht doch mehr klassische politische Ökonomie lesen. Da möchten wir ja noch mal sehr viel für werben. Also klar, beim Smith sind auch ein paar romantisierende Darstellungen bei, aber wahrscheinlich lernt man bei Adam Smiths Bohlstand der Nation, obwohl der jetzt knapp 250 Jahre alt ist, mehr als bei fast allen modernen Ökonomen, wenn man sich das da so durchliest und hier beispielsweise diese guten Beschreibungen der Strategien liest. Von einem faireren Freihandel, wie auch immer der aussehe, könnten ja alle profitieren, ist dann natürlich die Idee, die daraus folgt. Also Smith bringt das Beispiel Frankreich und Großbritannien. Beide Länder hätten damals viel wohlhabender sein können, wenn sie nur ihre ökonomischen Interessen sehen würden, statt nationale Feindseligkeiten auszutragen. Das Becker-thei-Neighbors-Spiel ist für alle hochgefährlich. Zudem sollte man ehrlich zu sich selbst sein. Outsourcing kann Kosten senken für die Wirtschaftsleistungen eines einzelnen Landes, aber ist Outsourcing durchaus problematisch. Bei vielen deutschen Autos, selbst wenn sie in Deutschland montiert werden, besteht die überwiegende Anzahl von Bauteilen aus dem Ausland. Die Wertschöpfung findet also im Ausland statt. Wenn beispielsweise VW Kabelstränge aus Polen kauft, dann profitiert davon ein polnisches Kapital. Wenn VW selbst in Polen produzieren, das profitiert zwar das deutsche Kapital, aber ohne dass dabei ein Lohn an deutsche Arbeiter gelangen würde. Vom nationalen Standpunkt aus betrachtet kann man das problematisieren. Global gesehen ist das völlig in Ordnung. Jedenfalls sehen wir bei den Chinesen derzeit noch ein anderes Modell. Man ist noch sehr stark national orientiert, was die Produktion angeht. BYD produziert beispielsweise einen Großteil seiner Fahrzeuge in China. Die Produktionskapazitäten wurden erheblich ausgebaut. BYD setzt auf ein standardisiertes Layout, was die Produktion sehr effizient macht und zudem ist der Konzern einer der größten Hersteller von E-Auto Batterien. Und das passt zu der Unternehmensstrategie der vertikalen Integration, bei der zum Beispiel auch Halbleiter selbst hergestellt werden. Und dadurch bleibt die Wertschöpfung größtenteils im eigenen Unternehmen und sie bleibt vor allem in China. Wenn gleich BYD zukünftig auch in Europa produzieren will. Das wiederum wird zwar für europäische Autohersteller gefährlich, nicht aber für europäische Arbeiter, die dann vielleicht nicht mehr bei Citroën oder BMW, sondern für BYD arbeiten. Und es ergibt sich da dann das Problem, dass gewerkschaftliche Strukturen vielleicht noch nicht so ausgebaut sind. Da sind ja viele Konflikte auch gerade, die mit Tesla ausgetragen werden. Also das ist natürlich wieder dann eine Frage des Arbeitskampfes. Aber generell kann man sagen, ist das nicht abzulehnen, wenn BYD jetzt auch Werke in Europa errichtet. Die Frage wäre dann natürlich, wie sich das lohntechnisch auswirkt. Also wenn die Autos so viel günstiger sind, als die von westlichen Unternehmen produzierten Autos, wird ja gegebenenfalls auch weniger Lohn gezahlt. Sollte man auch im Hinterkopf behalten. Wenn sie dann Leute für weniger Lohn bekommen. Genau, das ist eine Sache des Arbeitskampfes. Da hast du natürlich völlig recht, Wolfgang. Wir wollen hier ja auch gerade gar keine China-Apologie betreiben, sondern wir wollen lediglich internationalistisch denken und wir sind ja durchaus sehr dafür kritisch, auf das chinesische Wachstumsmodell zu blicken. Beispielsweise hatten wir ja schon erklärt, China hat eine gigantische Immobilienblase. 90 Millionen Wohnungen sollen leer stehen. 20 Millionen Wohnungen sollen nicht fertiggestellt sein. Diese Zahlen sind derart groß, dass man sich kaum vorstellen kann. Nur mal so zum Vergleich. Die Bundesregierung würde gern sehen, dass jährlich 400.000 Wohnungen in Deutschland gebaut werden. Jedoch wird das Ziel seit Jahren krass verfehlt. Chinas Erfolg, der auf dem Immobiliensektor fußte, der hat ernsthafte Probleme. Solange aber die Wirtschaft durchs Bauen wuchs, war das für das Ausland kein Problem, denn diese Inlandsinvestitionen haben Jobs geschaffen und Wohlstand gebracht. Und ganz so würde es auch Joan Robinson beschreiben. Wo aber liegt nun das Problem? Ja, es gab diesen Aufstieg, aber zum Beispiel sind auch die Löhne nicht entsprechend gestiegen. Also es gibt ja sehr viele desillusionierte Landbewohner in China, die in die Städte gezogen sind und da jetzt hausen müssen und nicht weiter wissen, aber auch auf keinen Fall aufs Land zurück wollen. Der Aufstieg von Millionen Chinesen droht zu stagnieren. Die Binnennachfrage schwächelt. Die Überkapazitäten im Wohnungsmarkt lassen sich ja nicht exportieren. Eine Immobilie ist immobil. Sonst wäre ja toll. Also nicht nur für die Chinesen, sondern auch für uns. Dann könnten wir einfach sagen, ja wir brauchen mal 400.000 Wohnungen, bitte schick die mal rüber. Anders ist es aber mit der modernen Industrie, Photovoltaik etc. Fraglich ist jedoch, ob man von Überkapazitäten sprechen kann, wenn die gesamte Welt dringend mehr E-Mobilität und Photovoltaikanlagen benötigt. Und zwar möglichst schnell. Michael Pettis schreibt in der Financial Times, gezielte Kredite, eine unterbewertete Währung, Arbeitsbeschränkungen, schwache soziale Sicherheitsnetze und Überinvestitionen in die Verkehrsinfrastruktur. Diese verschiedenen Maßnahmen treiben automatisch die chinesischen Einsparungen in die Höhe. Indem China seine überschüssigen Einsparungen durch die Subventionierung der Produktion von Gütern und Dienstleistungen effektiv exportiert, kann es den daraus resultierenden Nachfragemangel externalisieren. Die Tatsache, dass China bestimmte Sektoren des verarbeitenden Gewerbes dominiert, ist mit dem Freihandel und dem komparativen Vorteil vollkommen vereinbar. Es sind die überschüssigen Einsparungen, die ein Problem für die Weltwirtschaft darstellen. Wenn ich ganz kurz sagen darf, es müsste Ersparnis, wenn nicht Einsparungen heißen. Ersparnisse. Und es sollte angemerkt werden, dass viele Länder neben China ein ähnliches Verhalten an den Tag legen, einschließlich Deutschland und Japan. Das Problem ist, dass diese überschüssigen Ersparnisse das Drücken der inländischen Löhne und damit der inländischen Nachfrage darstellen, um globale Wettbewerbsfähigkeit zu erreichen. Dabei handelt es sich um eine klassische Begadei-Neighbor-Handelspolitik, bei der Arbeitslosigkeit die Folge einer unzureichenden Binnennachfrage durch Handelsüberschüsse exportiert wird. Das war jetzt anspruchsvoll, aber wir können es ja mal kurz durchgehen. Wir hatten das schon mal in der Folge erklärt, wo wir auch über das Buch von Michael Patters, den du eben zitiert hast, gesprochen haben, über Trade Wars or Class Wars, also wo es darum geht, inwiefern Handelskriege auch als Klassenkämpfe gedeutet werden können. Und das Problem ist folgendes. China hat ja lange Zeit auf niedrige Löhne gesetzt, was natürlich einerseits dazu führt, dass man sehr günstige Waren produziert, sehr wettbewerbsfähige Waren. Gleichzeitig, wenn man niedrige Löhne zahlt, bedeutet das natürlich aber auch, dass im Inland die Nachfrage fehlt, um all diese Waren zu kaufen. Dass also ein Wachstum auf Basis niedriger Löhne immer eine gewisse Schwierigkeit mit sich bringt. Und die Idee lautet nun, naja, wenn man nun aber diese dadurch sehr wettbewerbsfähigen Waren in aller Welt exportiert, dann passiert es, dass quasi der Rest der Welt, die in China mangelnde Nachfrage ersetzt, diese günstigen Waren kauft. Was aber natürlich dann auch dazu führt, dass die dortigen Industrien geschädigt werden, weil dort Arbeitslosigkeit oder sodass dort Arbeitslosigkeit entsteht. Und dadurch führt also die chinesische Politik dazu, dass, weil man in China so schlechte Löhne zahlt, man Arbeitslosigkeit exportiert. Wohingegen, wenn man eine andere Politik fahren würde, eine mit etwas höheren Löhnen, wäre man vielleicht immer noch wettbewerbsfähig, würde aber den Chinesen ermöglichen, beispielsweise auch mehr zu importieren. Also, dass dann auch im anderen Land nicht Arbeitsplätze wegfallen, sondern dass Waren aus dem anderen Land mehr gekauft werden. So, also, um solche Gedanken geht es da. Das sind relativ komplexe volkswirtschaftliche Vorgänge, die da beschrieben werden, die viel mit Salbenmechanik und so zu tun haben. Aber das ist im Großen und Ganzen die Idee dahinter. Und Pettis beschreibt hier eigentlich das, was Deutschland schon immer tat. Das macht China jetzt. Und deshalb ist es auch so hochgradig verlogen, wenn sich nun deutsche Wirtschaftsjournalisten über das chinesische Modell aufregen. Sie müssen sich im Klaren sein. Dann können Sie genauso gut die deutsche Strategie kritisieren, denn die bestand ja auch darin, dass man verhältnismäßig geringe Lohnsteigerungen produziert, dass man Niedriglohnsektor subventioniert, um dadurch wettbewerbsfähig zu sein und einen Exportwunder herzustellen. Pettis erklärt weiter, in einem gut funktionierenden Welthandelssystem produzieren die Länder Waren, bei denen sie einen komparativen Produktionsvorteil haben und tauschen diese dann gegen Waren ein, bei denen sie keinen haben. So geht es der Weltwirtschaft besser, auch wenn einzelne Sektoren darunter leiden. Wenn der Zweck der Exporte jedoch daran besteht, das Problem der schwachen Binnennachfrage zu externalisieren, kann es der Weltwirtschaft nur schlechter gehen. So, und das sieht man dann hier. Und immer mehr Länder versuchen nun, ihre Krise zu exportieren. Und immer mehr Länder versuchen natürlich dann auch mit Zollen sich genau dagegen zu schützen. Kanada will nun mit Strafzöllen gegen China nachziehen. Ja, und das ist alles in allem keine gute Entwicklung. Wenn wir mal ins Jahr 1947 springen, dann sind wir dort, wo das allgemeine Zoll- und Handelsabkommen ins Leben gerufen wurde, das sogenannte GATT. Und in einer Arbeit zur Genesis of the GATT heißt es, die Handelspolitik der 1930er Jahre wurde als Begadei-Neighbor-Politik bezeichnet. Da viele Länder versuchten ihre eigene Wirtschaft durch die Errichtung von Handelsschranken vor dem wirtschaftlichen Abschwung zu schützen. Die Blockierung von Importen erwies sich als vergebliche Methode zur Steigerung der inländischen Beschäftigung, denn die Importe eines Landes waren die Exporte eines anderen Landes. Die kombinierte Wirkung dieser nach innen gerichteten Politik war ein Zusammenbruch des internationalen Handels und eine Verschärfung des Einbruchs der Weltwirtschaft. Die Vereinigten Staaten trugen eine gewisse Verantwortung für diese Entwicklung. Was 1929 als gesetzgeberischer Versuch begann, die Landwirte vor dem Verfall der Agrarreise zu schützen, führte 1930 zum Erlass höherer Einfuhrzölle auf breiter Front. Ja, und dann kamen die Vergeltungsmaßnahmen von Spanien, Kanada, Italien, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien. Und dann hat man sich 1947 gedacht, wir müssen das jetzt anders angehen. Das darf es nicht mehr geben, dass wir uns in dieser Weise bekriegen. Und während des Kalten Krieges drängten dann auch die Vereinigten Staaten wiederholt auf eine Erweiterung des GATT. Die sogenannte Kennedy-Runde von 1964 bis 67 führte zu weiteren Zollsenkungen und setzte erste Maßnahmen gegen Dumping ein, also gegen die Praxis, dass ein Land ein Produkt auf dem internationalen Markt zu einem niedrigeren Preis verkauft, als es das im eigenen Land tut. Wohlgemerkt, letzteres tut China nicht, wie wir eben erläutert haben. Im Gegenteil, chinesische Autos sind im Ausland teurer. Bill Clinton in den 90er und George W. Bush in den Nullerjahren, die waren tatsächlich noch auf Freihandel erpicht. Der sogenannte Washington Consensus, also der Washingtoner Konsens, prägte die Wirtschaftspolitik nicht zuletzt, weil es die unipolare US-Weltordnung war, die die Spielregeln festlegen konnte. Mit China als starker Weltwirtschaftsmacht endet diese Phase. Es entsteht nicht so unrecht der Eindruck, dass Befürworter des Freihandels diesen nur gut finden, wenn ihre Seite am längeren Hebel sitzt. Ist dies nicht mehr der Fall, kommt der Protektionismus zurück und dieser ist übrigens das Einzige, weil es US-Demokraten und Republikaner noch verbindet. Wer den anderen jedoch zum Bettler machen will, erklärt ein anderes Land zum Feind. Eine kluge Industriepolitik sieht anders aus, sie würde Wohlstand schaffen, ohne andere schwächen zu wollen. Europa sollte deeskalierend agieren, um mindestens zwei Dinge zu verhindern, einen Krieg und eine Klimakatastrophe. Ist ja nicht ganz wenig. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me Schrägstrich Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank! Herzlichen Dank! Das war's für heute.